Los! Schneller! Lauft! Lauft! Die sprechen vom Gehirn. Wahrscheinlich. Ja, ich spreche vom Kuchen. Muffins. Ah cool, die steigern sich auch um. Krrrr, so Sachen. Ja, ich kann auch wieder mit der Tastatur arbeiten. Es gibt hinter der Instrumente. Voll primitiv eigentlich. Aber am Ende wird es was schwieriger. 10 Punkte! Yay! Und ich werde das ganze noch mal machen. Äh... Ah! 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 Falsche Moments hast du gedrückt. Ja, voll toll! Das ist ein tolles Instrument, ne? Das muss man... Genießt die Musik, Leute! Warum denn? Na dann! Wo bist du denn? Ja, dann hol mal so ein Holzhorn. Du da! Du auch! So, dann geht ja mal... ...hier hin. Zu den anderen. Ja, du kannst ja weiter Früchte sammeln. Das ist gar nicht so schlimm. Aber ich finde... Das ist voll die geile Idee. Heuschrecken. So, Moment... Zack! 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 Ich habe keine Zeit für diese Nachrichten. Ja genau, je mehr Leute in unserem Spielen, desto besser. Zack, Bams. Was, mein Futterschirm? Warum denn? Ah, ok. Kleiner Abspann. Die heben nur immer so ein Bein ab. Ich finde die einfach zu cool. Die sind cool, die Käfer. Und da ist die fette Kuh, glaube ich. Ist das Tür und Dorf zu deinem Verbündeten gemacht. Zur Feier des Tages stellen sie deinem Stamm einen Totenteil, sowie einige neue Werkzeuge und Outfits zur Verfügung. Letzte wurde deinem Stammesplan hinzugefügt. Next. Was? Das bin ich? Achso, das ist ein wildes Tier. Na dann. Wo ist denn mein Futterschirm? Wo ist denn mein Futterschirm? Ja das ist so ein Teil, was teilweise... Naja. Wo ist denn... Wo ist denn so ein Kampf? Und dann komm, du bist hier, klaut nach dem Futter. Dein Stamm gewinnt an Ansehen. Du hast jetzt eine große Hütte und dein Stamm. Kannst du neun Mitglieder haben. Hm. Ja, so wie der andere. Genau. Ja, klau mein Futter. Ne. Ich würde dir sowas von kalt machen. Ah, cool. Sammelstöcke. Praktisch. Ähm. Wurfsperre. Stellen wir mal hier drüben. Hin. Komm hier hin. Und Teilstähe. Wir kommen da hin. Fertig. Vor allem, die können die kleinen Babys da voll fertig machen, oder? Ah, cool. Da komm ein bisschen. Genau, du holst mal so einen Sammelstock. Und dann gehst du auf Nahrung suche. Du kriegst auch so einen Sammelstock. Äh, und dann gehst du auch mal auf Nahrung suche. Das sollte ja jetzt effizienter sein. Ach, Moment. Genau. Du gehst mal zum Heiler. Hab ich einfach mal beschlossen. Äh, und du kriegst einen Wurfsperre. Äh, genau. Dann haben wir hier noch einen. Der noch nichts ist. Ich fände, ich fände eigentlich gar nicht so schlecht. Zu sehen, wer tätig ist, wer untätig ist. Aber du kriegst mal einen Horn. Und du, du kriegst auch mal so einen Horn. Nee, warte, du hast ja so Wurfsperre lieber. Das finde ich sinniger. So, dann haben wir nämlich hier praktisch so eine Kriegstruppe. Da haben wir, keine Ahnung, für freundliche Sachen. Und ja. Mal sehen. Uhhh. Knacksknisch. Hehehe. Ja, ich warte, bis das ausgereift ist. Nichts. Ich würde jetzt essen gehen. Du kriegst ein. Die Geri. Das. Oh, die schlagen sich schon wieder. Dem ist ja echt lieb, ne? So Ja, wisst ihr was ihr mal machen könntet Die einfach mal kalt machen Einfach mal töten Einfach nur so So Na genau, das ist nämlich praktisch Klick auf das Geschenkkorb Um es anzunehmen Ha, guck mal wie die ankommen Voll fröhlich Oh, ich find die irgendwie süß Diese Heuschrecken Voll cool, was die Macher sich so alles einfallen ließen Wesen wie Heuschrecken Ja, toll Ihr könnt gar nicht treffen, ey Man sah sie nicht Man hörte sie schon Dann kommt der Häuptling daher Hintergeschenk auf Vor allem tolles Geschenk Bestätten was Nahrungseinheiten Aber na gut Diesen Stamm hier mach ich sowas von fällig Ja, verdammt Ich bin natürlich mit Gift Flütt Ja, hier So, hat ja eines dabei Hab ich nicht gesehen Oh, der ist schon weg Schon weg verwest Oder könnte ich einfach nur mehr tragen Man weiß es nicht, ne Man weiß dies nicht Babys werden jetzt voll fertig gemacht Ach gut, der Heiler Ach, da sind Schamane Dann Ja, warten wir bis sie jetzt weggebracht haben Dann überlege ich mir wieder was Was wir machen können Das letzte Tier muss auch noch sterben Ja, auf Voll im Auge zu stecken Das tut weh Kannst du nicht da irgendwie Doch Genau Genau, sind Eier Macht der kaputt Hat da ganz viel Rühe Nein Verdammt Auf dieses Mist Stück Hüpf, hüpf Im Tode hüpf es noch umher Voll die Rippchen Ja, krass Ich hab schon fast 200 Eindrichen Fast ist gut, ne Ne, hier ist kein weiteres Ei Schade eigentlich Hey du Schamane Ich geh mal da zurück Ja, ich denke hier verabschieden wir uns Und sehen uns dann im nächsten Part Tschüss Ja, ich bin Ja, ich bin Vielen Dank.